Hallo liebe Kameraden da draußen. Willkommen zurück bei Blitzkrieg 3. Das letzte Mal haben wir uns hier Atem der Freiheit angesehen, durchgespielt. So wie ich sage, gucken wir uns mal die nächste Nebenmission hier auf den Zufahrtsstraßen. Soll ich jetzt zwei von denen mitnehmen? Das könnte man ja über große Distanzen schießen. Nehmen wir den raus und kriegen wir den noch mit? Okay. Oh mein Gott, dann sind es zu wenig. Gut, drück mal rein. Oh mein Tee ist bloß. Gehen. Auf den Zufahrtsstraßen der Stadt. Deutsche Truppen haben sich gut verschanzt und handeln unter Feuerschutz der Luftwaffe. Sie müssen die Verteidigung durchbrechen und die Stadt von der Besetzung befreien. Okay. Neue Task. Dann schauen wir uns das Ganze noch an. Okay, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen... Gehen. 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 Erstmal die drei und dann gibt es neun Wunderball. Okay. Gut, jetzt gehen wir. Ja, ganz spitze. Ich habe die Tür. Äh, sag mal. Eins. Eins. Zwei. Achso. Ich sehe meine Einheit. Ein bisschen bügelig. Zwei. Zwei. Hey. Schließt. Ohne Ammaschine. Hihi. Okay. Dann lassen wir die KI. Die hat auch gezeigt. Okay. Ist jetzt geschossen. Mörser. Äh, da seht ihr die drei. Macht mal die Mörser kaputt. Ach. Ihr seid die zwei. Du bist halt... Okay. Und... Die anderen noch viel Bock oder was? Alter. Fett. Die Kelle. Krieger ausgeteilt. Was? Die Kelle ist bereit... Die Kelle ist bereit. Wie läuft denn das? Mörser. Vor allem diese Erdkampf... Okay, dann schicken wir mal, er hat auch mal Sponschein abgekriegt. Und das ist mit euch gesorgt, wow. Äh. Ja, schubser. Okay, dann kommt mir vor. Ich schieße ihm auf, das schwingt. Oh, komm ich hier nicht auf, weil der im Weg ist, oder was? Du wohnst mal. Oh, die ist am Arzt, oder wie? Okay, wir schießen erst mal die Dinger zu. Ich meine, ihr könnt ja auch ein bisschen näher ran, so ist das nicht. Der hat mir noch ein bisschen Weg, und dann schließen wir mal so und treffen. Gehst du mal zurück, kommst du jetzt hier vorbei? Was ist das? Ich schieße die Dinger, oder was? Wie schießt die Dinger? Ich schieße die Dinger raus. Wie geht es mit dem Dinger? Wie geht es mit dem Dinger? Und warum haben die schon? Ach, die sind da hin. Okay. Okay, wir haben jetzt irgendwas. Also was ist noch euer Punkt? Leben? Alter, was macht ihr? Das geht mir schon besser. Dann kann man den Mursor besitzen. Geht mal hier, woher es geht? Okay, dann treffen wir uns mal alle hier. Den schicken wir hier runter. Okay, wir haben keinen Bock hier. Ja, zu Dings, ja. Wir müssen Bomber reinschicken. Wir müssen mal nachhunter. Wir haben kein Flugzeug, der so gut ist. Was? Es sind keine Offiziere da. Wir haben einen Soldatenfurt. Er hat berichtet, dass sie in der nördlichen Teile der Stadt evokiert wurden. Wenn wir uns brennen, können wir sie ein... Was? Einholen. Okay, wir müssen einfach die Reimurschnecke. Task complete. New task. Ah, da hat es noch. Okay. So, das schon mal ran. Okay. Was immer diese Nachricht... Aber ihr müsst halt mal ein bisschen. Das ist ein bisschen. Okay, machen wir jetzt volle Möhre an. Dann können wir noch ein paar Dings holen. Wir sollten noch ein bisschen. Das ist richtig, Tigger. Ein bisschen K.O. zu spät. Die ganze... Task complete. Aber das war die Zufahrtsstraße. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüü. Be Bardi- in die Kzone.